Hallo, guten Tag und herzlich willkommen. Hier ist das erste Westphal-TV-Programm mit den Tagesthemen von Facebook. Was haben wir denn heute zu berichten? Nachricht Nummer 1. Schwarzwald, Wendland. Es ist Friede eingekehrt. Eine gute Nachricht zum Jahresanfang, wie ich finde. Und dazu begrüße ich heute als meine Gesprächspartnerin von der Friedensbewegung Frau Marie-Eleonore Mümmelmann. Guten Tag, Frau Mümmelmann. Guten Tag, Herr Westphal. Ich komme heute mal einfach so einen Frieden auch darzustellen. Eine Friedenstaube. Und ein Friedenszeichen. Sieht aus wie ein Schlagring. Warte, so rum oder so rum? Nein, auf den Kopf, andersrum. Das ist richtig. Peace. Peace. Ist Ihre Zeit nach dem Krieg stehen geblieben? Warum? In den 60er Jahren, als Sie ein Teenager waren. Ja. Ja. Könnte sein. Und was haben Sie jetzt zu berichten zu der Nachricht? Friede im Wendland und Friede im Schwarzwald. Da freue ich mich doch drüber. Und ich hoffe auch nicht, dass wieder Krieg ausbricht. Nein. Was unternimmt man denn seitens Ihrer Bewegung, dass da kein Krieg mehr ausbricht? Man ist immer freundlich. Bleibt freundlich. Ja. Und schmeißt keine Bomben mehr. Schmeißt keine Bomben mehr, ja. Schmeißt keine Bomben mehr. Also, das war jetzt zum letzten Mal, dass wir das in unseren Tagesthemen erwähnt haben, weil wir doch die Botschaften bekommen haben, dass absoluter Friede herrscht. Wir können es gar nicht glauben, aber es war uns wirklich heute mal die Nachricht wert. So. Jetzt kann ich ja erstmal meine Nachrichtenbrille abnehmen, damit ich überhaupt nichts mehr sehe. Es ist aber alles viel besser und viel klarer. So. Und habe gesagt, ich singe doch, weil ich gestern ein Lied aus dem Peter Sellers Film aus dem rosa-roten Panther gesungen habe. Da kenne ich noch ein Lied. Das können wir aber dann das nächste Mal zusammenbieten. Das musst du dann üben. Dann singen wir das im Duett. Wenn deine Phase der haftest... Wir üben doch. Wir müssen ja jetzt nicht üben, während das Ding hier läuft. Also wir machen das ja immer ungeprobt, aber ich denke, das ist ein bisschen kompliziert, dieser Song. Yingtong, Yingtong, Fiddleipu. Den müssen wir mal zusammen üben und dann ist er drin. Du hast ja heute auch gesprochen mit Marie-Anne, hast du mir verraten. Das hat mit der Friedensbewegung sehr wenig zu tun. Aber Marie-Anne hat ja verlauten lassen, dass sie früher öfter mal in unserer Nachbarstadt Menden war, im Dorfkrug. Ja, wir haben uns nett unterhalten. Im Dorfkrug ist es auch immer lustig. Marianne, siehste mal, wenn du wieder hier in der Gegend bist und kommst vorbei, dann gehen wir alle zusammen in den Dorfkrug, nachdem wir vorher schon hier bei der Gebetsschwester der Friedensbewegung was getrunken haben. Marianne, Mümelmännchen. Ein Mümelmann. Ja, also das ist ja, denke ich mal, vonnöten so. Und jetzt gucken wir erstmal, wie das Wetter morgen wird in die Kugel. Das Wetter heute in Fröndenberg. Ja, nebelig, grau, trüb, Temperaturen um den Gefrierpunkt. Es kann sein, es regnet, es kann sein, es schneit. Was auch immer. Es schneit auf jeden Fall irgendwas ins Haus. Da müssen wir noch genau kundschaften, was es sein wird. In den Kristallen ist weiter nichts erkennbar. Also werfen wir die Kugel wieder von dannen und warten, dass sie nicht explodiert, wie die Bombe. Das sind ja noch die letzten Bomben, die von Silvester übrig blieben. In diesem Sinne würde ich mal einfach sagen, mit den Bomben ist jetzt auch okay. Setzen wir uns doch wieder den Blues Brothers Hut auf und machen nochmal. Und wünschen einen friedlichen Tag mit der Dame der Friedensbewegung und von mir natürlich auch. Wir grüßen alle, alle die uns gewogen sind, alle Trakka, alle aus dem Wendland, alle aus dem Schwarzwald, alle von den Kunstbanausen und wünschen euch einen entspannten Tag. Ich schicke euch Blumen. Ja, sie schickt Blumen, sie verspricht wieder alles hier. Und wenn morgen die Fragen kommen... Aber doch nur so wörtlich, weil ich doch nun mal ein Hippie bin. Weil du doch so blumig bist. Ja, für ihn hat es ja nicht gereicht. Ja, das stimmt. Und verabschieden uns für heute wie immer mit einem allerherzlichsten Ohm.